ja hallo zum juni diesmal habe ich mich eben halt für die farbe sie sieht sehr pink aus es aber eigentlich immer noch so ein dunkleres rosa glaube ich entschieden weil eben halt die post jetzt auch die farbe haben ich habe ja noch welche mit den planeten da sind aktuell jetzt nach dem juni noch zwei farben übrig da muss ich dann mal schauen ob ich da einfach die farben wiederhole was glaube ich nicht reicht von der anzahl der kleber für vier wochen da werde ich dann einfach denke ich normal farbe genehm aber ich finde die idee nicht schlecht man könnte sich auch einfacher machen indem man einfach den wochentag hinschreibt und dann mit einem textmarker drüber geht aber ich finde das einfach schöner noch noch geht es mir auch nicht ganz so auf den geist die dinger hinzukleben was manchmal schon ein bisschen so in arbeit ausartet ja die monatsübersicht auch hier richtig platziert nicht am ende eines monats sondern am anfang das hatte ich ja verschlafen in meinem ersten monat dann habe ich auch diesmal das layout beibehalten im zweiten monat damit war ich soweit zufrieden es entspricht total meinen bedürfnissen die to do listen mit am richtigen tag zu haben da wenn die sache wirklich spätestens getan werden muss dass ich das einfach total im überblick habe mit sonstigen dingen die ich machen muss denn 99 prozent meiner to do dinge sind sachen die eben an einem bestimmten tag gemacht werden müssen und nicht weil das jetzt irgendwas ist wo ich mir zeit lassen kann und dann irgendwann mal machen möchte wie vielleicht irgendwann mal nach japan fliegen das sind ja auch manchmal so dinge die auf so einer to do liste drauf sind dinge die man schon immer mal machen wollte und so das sind ja schon eher so terminliche dinge von daher finde ich diese aufteilung viel besser dann nutze ich die zweite hälfte einfach noch für tagebuch sachen oder noch termine und kommentare je nach dem was so anfällt ja der juni hat bei mir muss ich sagen sieht man dann auch gleich fünf wochen weil ich die wochen nicht als ganze wochen zähle die erste woche war ja nicht komplett juni und die letzte woche auch nicht dadurch sind das fünf wochen geworden deswegen schreibe ich auch immer noch die kalender woche hin und auch noch das datum vom tag damit ich da wirklich nicht durcheinander kommen auch halt die japanischen wochentage sitzen und ich finde dafür ist das ist echt eine gute übungsmöglichkeit aber ich habe auch noch in meinem key den man dann gleich sieht dass auch noch mal aufgeschrieben welcher tag welcher ist damit ich wirklich keine fehler macht wenn ich mir da termine eintragen möchte der habit tracker und kakeibo ist diesmal jeweils nur eine seite weil den tracker habe ich fast gar nicht so benutzt ja finde ich ein bisschen seitenverschwendung dann das passt auch so klein das habe ich hingekriegt und kakeibo ist vielleicht gut wenn man weniger platz hat dann kann man sich sagen ja gut ich habe nur fünf zeilen also kann ich fünf mal was ausgeben im monat sozusagen dann spart man vielleicht aus platzgründen ja hier ist mein key wo ich das auf notiere mit den wochentagen dann dürfte es ja auch keine probleme mehr geben ich habe den ganz hinten rein geklebt und dann kann man sich den immer so ausklappen und hat es auch nebendran zuerst habe ich auf notiert zu den ausgaben geldausgaben was welche farbe ist dass sich so die rubriken habe wo ich dann auch gleich schnell sehe aha ich habe jetzt diesen monat mehr für sonstige sachen die man nicht wirklich zum leben benötigt ausgegeben oder ja ich habe vielleicht zu viele lebensmittel gekauft oder wo man halt so sein geld dann gelassen hat letzten endes dass man das so den überblick hat wo man dann sagen kann okay gut da muss ich mich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten gut ist auch wenn man schon vorneweg die sparsumme einträgt dass man sagt man hat dann nur noch 80 euro zur verfügung von 100 wenn man 20 sparen möchte oder man lässt es sich gleich vom konto auf ein sparbuch abziehen das gibt natürlich auch ja ich bin wirklich soweit zufrieden bei der übersicht monatsübersicht schreibe ich mir immer noch hin wo jetzt überall sonntag ist da stehen ja die wochentage nirgendwo drin die übersicht ist sehr gut wenn ich termine schnell machen möchte weil dann sehe ich auch ist an dem tag noch was frei oder nicht dann muss ich nicht so viel rumblättern da hat man alles auf einen blick das ist echt super und die to do kästen habe ich diesmal weniger gemacht weil ich nicht alle benutzt habe sollte ich mehr brauchen wie ich angezeichnet habe kann ich das ja immer noch nachzeichnen und der platz der dann noch zur verfügung steht kann ich ja auch noch zusätzlich für notizen verwenden oder ja vielleicht mal doch einen größeren sticker reinkleben oder so und dann ist die seite auch gefüllt also ich habe es ja generell eher mehr so schlicht ich zeichne da auch nicht wirklich selber rein denn ich möchte mich nicht vom wesentlichen dann ablenken wenn auch zu viel auf einer seite steht oder zu viel drum herum ist das ist für mich nicht produktiv also ich bin dann zu abgelenkt praktisch davon dann habe ich jetzt da auch noch sachen abgehakt die erledigt sind und noch sachen umgetragen damit ich weiß der tag ist vorbei ich habe sonst immer die tage durchgestrichen aber ich finde dann kann man halt noch die tagebucheinträge lesen und weiß dass es an sich ja noch aktuell ist ja ich hoffe das video hat euch spaß gemacht zeigt mir auch mal eure ideen bis dahin tschüss